Schulter an Schulter! Gegen Faschismus! Schulter an Schulter! Gegen Faschismus! Anstatt dass das Land Sachsen-Anhalt endlich die Polizei mehr kontrolliert, wird jetzt im Landtag von Sachsen-Anhalt ein neues Polizeigesetz diskutiert. Dieses besagt als Punkte Ausweitung der Videoüberwachung bei alltäglichen Verkehrskontrollen. Legalisierung des bisher illegalen Einsatzes des Staatsprojaners, gesundheitliche Zwangstests bei Verdacht auf HIV und Hepatitis, Möglichkeiten zur umfangreichen Abschaltung und aller Kommunikationsmöglichkeiten, also des Handynetzes, Ausweitung der Befügnisse der Videoüberwachung, beispielsweise auch bei der Anreise zu Demonstrationen, Rasterfahndung und gesetzliche Ermächtigungen zur Einführung von Sperrstunden und Alkoholkabbot in der Öffentlichkeit. Unser Kampf ist so lange nicht am Ende! Uri Kallom! Ja, Kallom! Untertitelung des ZDF für funk, 2018